Der Frieden von Eisenburg, auch Waffenstillstand von Eisenburg, beendete den osmanisch-österreichischen Krieg von 1663-64 still. Der Vertrag wurde am 9. bzw. 10. August 1664 in Eisenburg, was war geschlossen. Mit dem Austausch der von Kaiser Leopold I. bzw. Sultan Mehmed IV. ratifizierten Urkunden wurde der Vertrag am 27. September 1664 gültig. Friedensvertrag oder Waffenstillstand Der Friede von Eisenburg war auf 20 Jahre begrenzt, da ein eigentlicher Friedensschluss zwischen dem Herrschaftsbereich der Muslime und dem der Christen nach traditionellen islamrechtlichen Vorstellungen nicht möglich ist. Der muslimisch-christliche Friedensvertrag war vielmehr ein zeitlich begrenzter Waffenstillstand, im Islam als Hutna bezeichnet, der aber je nach Bedarf immer wieder verlängert werden konnte. Darüber hinaus waren auch Muslime auf christlicher Seite weder rechts- noch vertragsfähig. Ein Krieg gegen sie galt vor der Entstehung eines säkularen Völkerrechts generell als gerechter Krieg. Vorgeschichte Die Selbstständigkeitsbestrebungen des siebenbürgischen Fürsten Georg II. Rakokzis seit 1657 führten zu einer Strafexpedition der Osmanen gegen ihren unbordmäßigen Vasallen. Die instabile Lage des Fürstentums versuchte Leopold I., römisch-deutscher Kaiser und zugleich ungarischer König, für sich zu nutzen. Zudem fühlten sich die Osmanen durch den Bau der Festung Neu-Zetrin am strategisch wichtigen Zusammenfluss von Ur und Drau bei Kanisa durch Nikolaus. Zetrinski beunruhigt, der sich zu spitzende Gegensatz führte schließlich 1663 zum Kriegsausbruch. Die osmanische Hauptstreitmacht unter Großwesier Köprü-Lifazil-Armee-Pascha war den nur unzureichend gerüsteten habsburgischen Truppen unter Raimondo. Montecocoli zunächst klar überlegen und konnte mehrere habsburgische Festungen in Oberungarn, unter anderem Neu-Häusel, erobern. Erst 1664 war Leopold in der Lage, eine zumindest annähernd ebenbürtige Armee aufzustellen. Der Sieg Habsburgs und seiner Verbündeten in der Schlacht bei Mogersdorf am 1. August 1664 beschleunigte die Verhandlungen, Friedensverhandlungen und Vertragsunterzeichnung. Sowohl die Habsburger als auch die Osmanen waren prinzipiell zu einem Friedensschluss bereit. Die habsburgische Seite war aber nicht willens, den aus einer Position der Stärke heraus resultierenden hohen Forderungen der Türken nachzukommen. Ungeachtet der Friedenspreliminarien, der Hauptpunkte eines künftigen Friedensvertrages, die beide Kontrahenten am 11. April 1664 ausgehandelt hatten, ging die Kämpfe in Ungarn weiter. Am 30. Juli 1664 waren die Verhandlungen zwischen dem Beauftragten des Kaisers und den Abgesandten des Großwesiers ein letztes Mal ergebnislos geblieben. Nach den Niederlagen von Levensch am 19. Juli und Mogersdorf am 1. August die die osmanische Offensive in Ober- und Niederungarn stoppten, war Großwesier Fasil Amit kompromissbereiter. Der Friedensschluss von Eisenburg war ein wesentlicher Verdienst Simon Renningers. Er war seit 1649 kaiserlicher Resident in Konstantinopel und als Bevollmächtigter des Kaisers 1663, 64. wiederholt im Lager des Großwesiers, um Geheimverhandlungen über einen Friedensvertrag zu führen. Er führte auch die Verhandlungen in Eisenburg, wo man sich bereits am 9. bzw. 10. August 1664 einig war. Simon Renninger und der Großwesier tauschten die Urkunden aus und sandten sie zur Ratifikation an Kaiser Leopold I. bzw. Sultan Mehmed IV. In Wien wurde die Besiegelung des Friedens noch etwas herausgezögert, da man nach Mogersdorf auf einen weiteren Waffenerfolg und insbesondere die Rückgewinnung der Festung Neuhäusel hoffte. Die christlichen Truppen waren für eine Offensive bzw. Belagerung nicht stark genug und auch die Osmanen gingen nicht mehr in die Offensive über, sodass es bei einigem Taktieren entlang der Grenzflüsse Rab und Waag blieb. Die türkische Originalurkunde wurde am 9. September in Wien ratifiziert, erst am 20. erhielt sie Renninger. Am 27. September wurden die beiden ratifizierten Urkunden ausgetauscht, Inhalt und Bedeutung. Der Vertrag enthält insgesamt zehn Artikel. Die wichtigsten sind Artikel I. Sowohl die osmanischen als auch die habsburgischen Truppen sollten alle im Fürstentum Siebenbürgen besetzten Plätze räumen und das Land verlassen. Nach alten Privilegien sollten die siebenbürgischen Stände einen neuen Fürsten frei wählen dürfen. Artikel 2 Die Komität Schaboc und Sadma, die früher den Siebenbürger Fürsten Rakokzi unterstanden, wurden Leopold I. zugestanden und sollten weder dem Fürstentum Siebenbürgen noch dem osmanischen Reich Abgaben entrichten. Artikel 3 Dem Kaiser wird erlaubt, in diesen beiden Komitaten, wie auch den Osmanen und Siebenbürgern in ihren Gebieten, befestigte Plätze zu errichten. Die Festung Zikelheed wird geschleift. Artikel VI Beiden Parteien ist es untersagt, die Festung Neuzetrin Balkanisar wieder aufzubauen oder zu besetzen. Artikel 8 Als Ersatz für die verlorene Festung Neuhäusel wird dem Kaiser gestattet, am rechten Ufer der Waag eine Festung zu errichten. Dies geschah 1665 durch die Anlage von Leopoldstadt. Artikel X Zur Festigung des Friedens und der guten Freundschaft sollen Gesandtschaften und Geschenke ausgetauscht werden. Der Gesandte des römischen Kaisers wird zum Zeichen der Freundschaft ein freiwilliges Geschenk im Wert von 200.000 Gulden überreichen. Dies wird die osmanische Seite mit ebenso würdigen und angemessenen Geschenken erwidern. Punkt. Auch wenn für die habsburgische Seite 200.000 Gulden als freiwilliges Geschenk vorgegeben werden, so bemühten sich österreichische Chronisten und Historiker fortan ihre Auffassung zu rechtfertigen, dies dennoch nicht als Tributleistung zu verstehen. Vielmehr seien gegenseitige, gleichwertige Geschenke in der muslimischen Diplomatie üblich und bedeuten einen gegenseitigen Gunstbeweis. Folgen. Die Unzufriedenheit des ungarischen und kroatischen Adels mit dem Friedensschluss führte zur Magnatenverschwörung.